Eine pfiffige Art hat sich Michele ausgesucht. Er ist Subunternehmer für einen großen Zeltplatz hier in Baveno. Baveno, eine super kleine Stadt am Lago Maggiore mit vielen Zeltplätzen, aber er hat den größten erwischt, um seine Dienstleistung anbieten zu dürfen in einem alten Original-Taxi aus London. Circa 40 Fahrten am Tag bewältigt er hier in Baveno, um die Leute wieder zum Zug zu bringen oder zu Ausflugszielen hier in der Umgebung. Mir hat die Fahrt gefallen bei Michele und ich werde es vielleicht auch mal tun, wenn ich hier zelte. Das Taxiunternehmen ist sehr günstig und man kann es sich wirklich leisten, mal eine Runde zu machen. Wer schneller unterwegs sein will, muss natürlich mit diesem Fahrzeug unterwegs sein.